Zur Zeit, Health Potions zu finden. Außer ich gehe halt in den Wald. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich jetzt gerade habe, um an Health Potions zu kommen. Weil hier gibt es irgendwie keine. Nein, nicht wirklich. Nee. Da ist es morgen nicht. Na toll, ein Schlüssel. Schlüssel bringt man scheiß Dreck. Nein. Morgen nicht. Ja, okay. Ich könnte es versuchen. Es ist verdammt riskant, aber ich könnte Chrissy hinschicken. Sie hat eh nicht so viel Energie, aber ich riskiere es mal. Die ist halt natürlich auf der ganz anderen Seite. Die überlebt keinen einzigen Schlag von ihm. Nein. Keinen einzigen Schlag. Außer ich finde jetzt irgendwelche Health Potions auf dem Weg. Dann hätte ich eine reelle Chance, ihn zu besiegen. Mit ihr. Bin ich jetzt schon da? Nee. Das ist kacke, wenn du keine Health Potions hast. Weißt du? Nee. Keine Chance. Das ist ein Schlag und ich bin weg. Okay. Ja, toll. Na. Nee. Das war ja ein Trauerspiel. Okay. Ach, und die Idiot habe ich aber noch gespeichert. Außer ich mache die... Nee, die gleiche Taktik geht gar nicht. Die geht nicht, die gleiche Taktik. Nee. Mark hält so und so nichts aus. Warte, falsch. Wenn es halt nicht in Health Potion auftaucht, dann bin ich im Arsch. Aber riesig. Nein, nein, da wollte ich jetzt nicht rein. Ich wollte ja nur springen. Ah, ich renne nicht in die falsche Richtung. Ja, der hält einen Schlag aus. Einen einzigen Schlag hält er aus. Dann ist er weg. Wenn ich nicht aufpasse. Oh, warte mal, ich muss mich ja beeilen. Ja, bis ich daherkomme. Moment, ich zeige es mal. Ja, Kind tot. Ach lol, wir hätten sogar noch... Hm. Warum habe ich mich eigentlich so beeilt wie ein Blöder? Warte, lade ich nochmal. Das war... Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber ich muss mich in der Theorie gar nicht so beeilen. Aber da kommt Jason jetzt doch nicht raus. Hm-mm. So, dann fight to the death. Bin gespannt, wer zuerst drauf geht. Spoiler alert. Wird nicht Jason sein. Okay. Kommst du raus? Nee, kommst du nicht raus. Weil du ein Arsch bist. Okay, ich halte gar nichts aus. Okay. Ich habe ein Problem. Ja, ein paar Sekunden habe ich noch. Vielleicht kommt eine Health Potion. Vielleicht. Nee. Das wird jetzt sehr... ...nervig werden. Ich muss jeden Treff... Nee. Das wird's ja. Okay. Wie kriege ich das hin? Oh, weil... Es wäre George da. Warte, warte. Ich bin doch blöd. Ähm... Pass. Change. Jetzt habe ich wenigstens eine reelle Chance gegen ihn. Das war jetzt vielleicht zu viel gespeichert. Jetzt komm her, du. Dein Murat. Hab ich... Okay, shit. Ich sollte nicht so viel beleidigen. Okay. Shit. Now or never. Naja. Now or never für mich. Ja. Nimm den Arsch. Warum habe ich jetzt nicht geschossen? Okay. Wir haben ihn. Also. Das Mark wieder die Waffe hat. Und Change. Ich brauche eine Health Potion. Das ist jetzt ein Now or Never, is this. Okay. Er ist wieder weg. Ich will aber nicht folgen. Das ist ein Death Wish. Ah, der macht mich beim nächsten Mal kaputt. Ohne Gnade. Äh. Health Potion Ziffix nochmal. Irgendwie kommt da nix. Okay. Bin eh mutig, hey. Mit dem bisschen Energie da, was ich hab. Moment, Sir. Vielleicht ist hier doch was im Wald. Nein. Ja, mein Tod. Nein. Nochmal zurück. Wo kommt er immer her? Ja, kommt immer ein blödes Messer. Ich spring mal durch den... Natürlich. Jetzt, wo ich ne Kack-Helf Potion kriegt hätt. Weißt du, jetzt, wo ich ne Kack-Helf Potion kriegt hätt. Kommt so ein Gottverdammter Wolf, weißt. Hetzer. Nein. Nein. Huh. Okay, okay, okay. Wo ist er? Da ist er. Wo ist Chrissy? Wo ist Chrissy? Ich hab ne Health Potion. Ich darf sie jetzt nicht verbocken. Wo ist Chrissy? Wo ist Chrissy? Wo ist Chrissy? Die ist da hinten. Das wird's ja nicht schaffen in der Zeit. Das wird's ja nicht in der Zeit. Außer... Moment. Ich versuch's mal. Wenn ich falsch renne. Es müsste sie schaffen. Es müsste sie schaffen. Es müsste sie schaffen. Ja, 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 ja. Das kriegst du schon hin. Das kriegst du schon hin. Ich darf mich halt nicht aufhalten lassen. Vor allem nicht von Arschloch, Jason. Wo war er gleich wieder? Nein. F***t euch doch alle, hey. Okay. Wen ich spiele ich ab, Mark. Okay. Naja, da hält's ein bisschen was aus. Pass. Äh, warte. Da fehlt was. So. Okay. Ich hab noch ein paar Sekunden. Die mir nicht reichen, weil ich... Ja, nee. Falschrein wollte ich schon sagen. Ja, jetzt killt er gleich wieder ein Kind. I don't give a shit. Schaff ich nämlich immer in der Zeit. Nein. Es war übrigens das letzte Kind. Okay, nee. Da muss ich mit Mark hin. Ich hab scheiße gespeichert. Fällt mir grad auf. Ich hab sowas von scheiße gespeichert. Na, tolle Wurst. Ich will nicht alles nochmal machen. Ich glaub, jetzt mach ich erstmal einen Break. Ja. Gut, würde ich mal sagen, dann sieht man sich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich Quiz Jungs. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020